Ja, wie funktioniert eigentlich der urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus weltweit? Wie funktioniert er, trotzdem wir Menschen genetische Egoisten sind und eigentlich eine totale Gleichgültigkeit gegenüber der Restwelt sozusagen aufweisen? Wie funktioniert das trotzdem, dass das Ganze auf ein weltweiten pazifistisches Friedensnetz sozusagen hinausläuft und welche Bedeutung hat die Leistungsmessung? Ja, viele, wenn wir nochmal daran denken, dass wir ja in Zukunft jede gute Partei in Volksentscheiden denken muss, also hier erst einmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche, 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit bei allen Sendungen, die Sie generell schauen, empfehlen wir. Ja, also wenn wir in Zukunft eine Welt der von Parteien den Wählern angebotenen Volksentscheidswahlalternativen darstellen, dann ist zum Beispiel hier oft die Wahlalternative der Next Scientists for Future, beinhaltet Leistungsmessungen und andere Wahlalternativen beinhalten oft eine Leistungsfeindlichkeit oder besonders eine Leistungsmessungsfeindlichkeit. Und wir erleben dann zum Beispiel solche staatlichen Konzepte wie staatliches Gesundheitssystem, wo der Arzt quasi aus der Beamtenmentalität anfängt, seinen Nutzen zu maximieren, indem er sich um die Arbeit kaum noch kümmert, sondern sein Privatleben an der Arbeit praktiziert. Also entweder den berühmten Beamtenschlaf ausführt und so sein Privatleben an der Arbeit ausführt oder sich um Wege für Wege interessiert, an die Eizellen der hübschen Krankenschwestern zu kommen oder so und sozusagen diese zu kapern potenziell. Und dadurch sozusagen eigentlich der Arzt sich während der Arbeitszeit mehr um sein Privatleben kümmert, wie eben man das ja Beamten allgemein so unterstellt, weil eben, wenn keine Leistungsmessung vorliegt, sozusagen er sein Geld ja sowieso kriegt und er deswegen eigentlich die Menge dessen, dass er an Arbeitsleistungen für andere aufbringt, sozusagen tendenziell zu reduzieren neigt und am Arbeitsplatz sein Privatleben zu entfalten von Beamtenschlaf, Erholung, was ja auch wichtig im Leben ist und sexuelle Aktivitäten bezogen auf das Personal, das Restpersonal. Und am Ende kommt der Patient dabei zu kurz und der Versicherte kommt zu kurz und niemand tut was für die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden, weil die irrelevant sind, denn das Geld kriegt man ja auch so. Ja, und so unterscheiden die sich, ja, und wie ist es mit der Leistungsmessung, ja, gehen wir mal zurück. Also deswegen, liebe Parteien, also liebe Herren und Damen, Backti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen und so weiter. Und David Claudio Sieber und Wolfgang Romberg. Ja, bitte sozusagen, wie könnt ihr eure Parteien, die wir unserer Erfahrung nach kurz vorm endgültigen Scheitern sehen, durch völlig inkompetente Wahlprogramme, die auch noch nicht einmal hier dieses demokratische Volksentscheidselement beinhalten, sondern sich eigentlich präsentieren sich die Neuparteien wie die Altparteien. Und außer Gerede gibt es da nichts wirkliches Demokratisches. Es gibt weder die Offenheit für die externen Experten, die gibt es nicht wirklich, die wird zwar irgendwie alibimäßig angeführt, aber gibt es nicht wirklich, wird bis jetzt nicht praktiziert. Ich freue mich, wenn das ab morgen anders ist, aber bis jetzt wird da nichts praktiziert. Und man lädt sozusagen, man betreibt eine Vetternwirtschaft, man lädt seine anthroposophischen Kumpels sozusagen aus dem gleichen Sektenumfeld sozusagen als vermeintliche Experten ein in die Partei. Also Vetternwirtschaft und, 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 also das hat, das hat ja alles mit Demokratie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Denn das kennen wir doch aus der Jetzt-Gesellschaft. Die Vorenthaltung von anders denkenden Experten ist ja das Mittel der CDU und der SPD genauso, so wie es jetzt auch das Mittel der Neuparteien ist, nämlich die Vorenthaltung von anders denkenden Experten, die zum Beispiel für die Leistungsmessung sind. Aus gutem Grunde. Schluck Wasser. Ja, nochmal das eine Beispiel, wenn ich jetzt also hier habe, Gesundheitsreform und ich öffne für alle Wunderheiler zum Beispiel und ich öffne in der Pädagogik, also im Lehrertum öffne ich für alle Ansätze, auch für den anthroposophischen Ansatz, auch wenn ich den für schwach halte, aber wir öffnen für alle, aber solch eine Öffnung für alle bedeutet ja auch, dass dann jeder Scharlatan riesigen Schaden anrichten könnte auf Krankenkassenkosten und um das zu verhindern, braucht das eben wieder die Gleichzeitigkeit von beginnender, neukommender Leistungsmessung und Öffnung. Wir öffnen für alles, messen aber zukünftig die Kinderförderungsleistung aller Lehrer und wir messen die Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsleistung aller Wunderheiler und Schulmediziner. Und das Zauberwort dabei ist ja das Zauberwort von der Hausarztersatzpraxis, sodass also alle, auch alle Nichtärzte dann quasi eine Hausarztersatzpraxis aufmachen müssen und können. Und auch die Alten- und Pflegeheimleiter werden umbenannt in Hausarztersatzpraxen und werden nach demselben Bezahlungsschlüssel bezahlt. Das heißt also im Prinzip fließen dann wieder Pflegeversicherungstopf und Krankenversicherungstopf wieder zusammen und auch die Alten- und Pflegeheime und alle in Pflege- und Altenbetreuung tätigen, werden als, also dann würden ja auch Betreuungsfirmen, die jetzt nicht ein Altenheim darstellen, würden als, alle werden als Hausarztersatzpraxen verstanden. Wir gehen ja sogar so weit, dass jedes Unternehmen verstanden wird als Teil des Gesundheitswesens. Also der Supermarkt- und Restaurant- und Kioskleiter, die werden verstanden. Die, also oder sagen wir die Supermarkt-Leitungen und Kiosk- und Restaurantleitungen werden verstanden als Teil des Gesundheitssystems und erhalten ihre Verdienstzuschüsse auch nach ihrer Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung. Ja, und damit haben wir ein menschenfreundliches, erstmals ein menschenfreundliches, gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem, das ohne Leistungsmessung, zum Beispiel auch die Gemeinwohlökonomie, hat keine richtige, eine Messung der Wirkung auf Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen von Kunden und Mitarbeitern und Anwohnern, ist dabei eben nicht vorgesehen, im Gegensatz zu sozusagen der Reform der Next Scientists for Future, wo eben alle Unternehmen Teil des Gesundheitswesens werden und verstanden werden. Also eigentlich ist dann ein Unternehmen auch in gewisser Weise eine Hausarztersatzpraxis. Ja, nebenbei verkauft es noch bestimmte Dinge, aber eigentlich hat es auch das Hauptmotiv. Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Anwohner, Mitarbeiter und Kunden zu fördern. Also Sie merken, damit rücken die Unternehmen alle zusammen und alle werden sie sehr ähnlich wie die Hausarztpraxen. Und alle werden zum ersten Mal, auch ihre bisherige Hausarztpraxis wird zum ersten Mal ihr echter Freund. Ja, und das ist deswegen, haben wir jetzt also heute als Thema dann Leistungsmessung, ist die Grundvoraussetzung, auch im pazifistischen Bonobo-Kommunismus, Trotz Gleichgültigkeit gegenüber Restwelt, ja. Viele NGOs wollen uns ja, bringen uns ihre vorteilbringenden Irrtümer bei, dass wir uns alle plötzlich unheimlich um die Restwelt kümmern sollen, dass wir Eisbären, Pandas, Hungernde in aller Welt, und um alles sollen wir uns kümmern und für alles sollen wir spenden, auf das die Gehälter der Geschäftsführer der NGOs immer größer werden. Dass sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer wirken auf unsere Gehirne als parasitäre Meme. PMs und KVGs, Killer-Viren des Geistes und infizieren uns alle. Und am Ende profitieren nur die NGO-Sparten genauso, wie überhaupt die Sparten profitieren. So, und jetzt ist dann also die Schlüsselfrage, letztendlich, wie schaffen wir es, wo ist die Erde, dass wir einerseits, ohne dass wir jetzt den Manipulationen, also den vorteilbringenden Irrtümern der NGOs folgen und ein pathologisches Weltbewusstsein entwickeln müssen, wie kriegen wir es trotzdem hin, dass die ganze Weltkugel überspannt ist, mit einem Netz, einem pazifistischen Friedensnetz überspannt ist. Ja, das kriegen wir genau so hin. Ja, das heißt, ja, ich kann vielleicht auch nochmal sagen, dass vielleicht einer der zentralsten ersten Volksentscheide hier sein sollte, eben ein Gesundheitssystem mit Leistungsmessung oder ein Gesundheits- und Bildungssystem mit Leistungsmessung oder ein Gesundheitssystem und Bildungssystem ohne Leistungsmessung. Ja, und das wäre so ein Grundvolksentscheid. Das wäre dieses Beispiel, wesentliche Unterschiede herausarbeiten und in wenigen gut unterscheidbaren Vorschlägen zur Wahl zu stellen und dann Volksentscheid. Und dann, wenn zum Beispiel sich paradoxerweise die Gesellschaft für ein Gesundheitswesen und Bildungswesen ohne Leistungsmessung entscheidet, dann könnte man das ja wieder in mehrere verschiedene Detail-Alternativen ausdifferenzieren und dann einen abschließenden Volksentscheid darüber machen. Oder eben die Wähler entscheiden sich für das System mit Leistungsmessung überall sozusagen. Und dann kann man das auch wieder aufdifferenzieren in unterschiedliche Modelle mit mehr Datenverwendung, weniger Datenbedarf und, und, und. Also je nachdem, wie zum Beispiel, wie stark die Datenschutzängstlichkeiten der WählerInnen ausfallen. Ja. Ja, und jetzt schauen wir es uns nochmal an hier. Wo sind wir denn hier? Wir brauchen unser Bild. Das heißt, wir haben hier das Ego. Der, das Ich, das Einzelnen. Da ist der einzelne Egoist sozusagen. Der im Bonobo, also im urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Kommunismus, also ohne Unterdrückung des Liebeslebens durch den bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus, in dem wir alle vor uns hin leiden müssen, weil der bösartige, patriarchale Raubtierkapitalismus braucht eben den einsamen, konsumsüchtigen, unglücklichen, sexuell mangelaufweisenden, konsumsüchtigen, shoppingsüchtigen, kaufsüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen, süßigkeitsüchtigen, süßigkeitsüchtigen, reisesüchtigen, Single im Idealfalle sozusagen. Und daraufhin laufen die vorteilbringenden Irrtümer, also die Manipulationsprozesse im Kapitalismus und die unterdrücken natürlich dieses Liebesleben. Ja, und wie war das damals vor, ja, sozusagen, sagen wir mal schätzungsweise 300.000 Jahren, dem Beginn des Fernhandels in der Welt, wie war es davor? Dieser Egoist schenkte aus egoistischen Gründen alles, was er fand an Nahrung, den Frauen, geliebten Frauen und Kindern der Kommune. Als Belohnung erhielt er dafür eine gewisse Chance des Zugangs zu den Eizellen, seiner Spermienzellen, zu den Eizellen der Frauen als Ressourcenzugang. Und natürlich erhielt er auch Futter, weil wenn er selbst das beste Futter findet, hat er natürlich auch Zugang zu dem besten Futter. Und erhält so auch, ja, und wenn ein Mann zum Beispiel hier auch den anderen Männern, die nicht so leistungsfähig, nicht so leistungsfähig sind, häufiger auch Futtergeschenke macht, erhält er natürlich auch Futtergeschenke zurück, wenn die anderen dann oder die jetzigen Kinder, die dann später erwachsen werden, die werden ihm natürlich auch was zurückschenken. Denn die Männer bleiben ja im Bonobo-Kommunismus in der Gruppe alle. Nur die Mädchen wandern ab. Ja, die jungen Mädchen wandern ab. Das heißt also, für diesen Egoisten ist die Welt in Ordnung. Erstmal kümmert ihn erstmal nur seine Gruppe und dann wandern aber seine Töchter, die geliebten Mädchen der Gruppe, wandern hier ab in die Nachbarkommunen und lieben sich dort ein und kriegen dort die Enkelkinder. Und jetzt besucht er natürlich immer wieder diese Nachbarkommunen hier und besucht dort seine Enkelkinder und das Ganze sind rauschende Feste der Liebe, wo also man sehr liebevoll und quasi Kooperationsbande auch mit diesen schließt. Und dann kann es bestimmt noch sein, dass auch dann er ja mitkriegt, dass diese Töchter, ja, und dass die Enkeltöchter wieder abwandern in einen noch weiterliegenden Ring. Ich hoffe, Sie können die Maus noch sehen. Stellen wir uns hier noch einen Ring an Kommunen vor. Also Sie müssen jetzt quasi nochmal sich vor Ihrem geistigen Auge nochmal hier kommen. Nochmal einen Ring an Kommunen malen sozusagen. Und das ist quasi der Urenkelring. Und da besucht dann dieser Egoist auch wieder seine Urenkel sozusagen, seine Urenkel. Und auch das sind wieder rauschende Feste der Liebe und der Kooperationsbildung. Aber der Rest der Welt, der interessiert unseren Egoisten ganz natürlich so, wie wenn ein Sack Reis in China umfällt, nämlich überhaupt nicht. Und jetzt kommen die ersten Fernhändler aus der Ferne und zwar außerhalb dieses Kreises. Also gehen wir jetzt mal hier hin. Also ich habe jetzt gezeichnet, also meine, also die Kommune des Egoisten, die außenrum liegenden Kommunen der Töchter und Enkelkinder und dann schon bald der Ring der Kommunen der Enkel und Urenkel, der Enkeltöchter und Urenkel. Ja? Und das ist die kleine Welt des Egoisten. Und mit allen lebte in pazifistischer Kooperation. Jetzt ist es aber so, und das zeige ich nochmal hier, dass diese Kommune, natürlich, dass dieser Egoist hier drin natürlich wieder einen solchen Ring um sich hat. solchen Doppelring um sich hat. Nämlich diese Kommune, in die wandern potenziell vielleicht sogar seine, eben dann seine Töchter ab. Und das ist Teil seines Ringes. Und sein Ring, die Maus endet hier, geht dann hier weiter und um seinen, um ihn herum, alle Kommunen, die sich also um ihn herum befinden, und die Maus geht jetzt hier raus aus dem Bild. Also dort, wo ich jetzt mit der Maus draußen bin, ist ja sein Ring, sein Kommunenring sozusagen. Und das ist sein Kommun, hier, das ist sein Kommunenring. Die Maus ist wieder draußen. Ja? Und immer, wo die Maus rausgeht, da geht ja sein Kommunenring weiter. Also ist die Welt überspannt von einem überlappenden Netzwerk, sodass jeder egoistische, sozusagen jeder einzelne Egoist, dass die ganze Welt aber überspannt ist. Also hier, wenn wir hier den, hier ist unser Egoist, unser zentraler Egoist auf der Erde. Und da ist sein Ring an Urenkel, sein Urenkelring. Und damit ist das Dasein das Ende seiner Welt. Aber wenn ich jetzt diesen Urenkelring nehme und um diesen Urenkelring wieder dessen, von diesen Egoisten hier wieder dessen, also hier haben wir diesen Egoisten und um den zeichne ich jetzt dessen Urenkelring ein, dann merken Sie, und wenn wir dann diesen hier, diesen Egoisten nehmen und dann hat er ja wieder um sich herum einen Urenkelring und so ist dann die ganze Erdkugel überspannt mit solch einem pazifistischen kooperativen Netzwerk, wo den hier überhaupt nicht interessiert, was hier los ist und abgeht und den überhaupt nicht interessiert, was hier abgeht und los geht und trotzdem sind alle irgendwie miteinander verbunden in einer pazifistischen Gesamtweltordnung. Nämlich das ist das Naturnetz, das sozusagen, wo mir völlig egal ist, als Egoist, was dort geschieht, aber irgendwo kümmert sich jeder um, es gibt immer Leute, die sich um irgendwas kümmern, irgendwo ist immer ein Liebesnetzwerk, das sich darum kümmert, wenn hier irgendwas ist, dass ein alter Mann, der früher viel geschenkt hat, jetzt irgendwie selber keine Nahrung mehr beschaffen kann, dann sind die Kinder, die er früher beschenkt hat, jetzt ja mittlerweile groß und die männlichen Kinder bleiben ja in seiner Kommune und beschenken ihnen jetzt eben mit Nahrung und ja und so funktioniert alles liebevoll kooperativ, eine paradiesische anmutende Welt, obwohl alle genetische Egoisten sind, ja, genetischer Egoismus und trotzdem liebevolle Kooperation und für alle ist gut gesorgt und jetzt kommt der Fernhandel und jetzt passiert folgendes, nämlich das jetzt hier ja, von Ferne und zwar außerhalb, also der kommt nicht aus dem Urenkelring, sondern der kommt aus weiter entfernten Kommunen und dem Sinn ist ja jetzt das Schicksal dieser Kommune völlig gleichgültig und kann ihm völlig gleichgültig sein, ja, weil das für seinen Fortpflanzungserfolg keinerlei Rolle spielt, was hier geschieht und jetzt bringt er seine Irrtümer, jetzt entwickelt er eben einen Irrtum und der führt dazu, dass die hier mehr kaufen, zum Beispiel bringt er den Irrtum, dass dieses ganze Geschmuse und dieser ganze viele Sex im Bonobo-Kommunismus schlecht sei und schmutzig sei und dann erzählt er noch so ein Missverständnis, so eine Irrtumsgeschichte, dass angeblich eine Kommune die andere nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte, was es ja in diesem pazifistischen System gar nicht geben kann, aber er erzählt das immer wieder und die Leute kaufen ihm jetzt seine Steinexte ab, weil sie aus Angst anfangen sich zu bewaffnen und zum ersten Mal über Präventivkriege nachdenken, sozusagen, um eventuell die Nachbarkommunen totzuschlagen, damit sie einen nicht selber totschlagen. Er infiziert also mit seinen für ihn vorteilbringenden Irrtümern die fremde Kommune als Fernhändler mit sozusagen mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, die in den Köpfen dieser Kommune hier in den Köpfen als parasitäre Memo beziehungsweise Killer Viren des Geistes manipulative Wirkung entfalten diese fangen an ihre Sexualität zu unterdrücken jetzt ist nur das Dilemma für den Händler aber das kann er nicht verhindern dass die die hier Händler sind tragen natürlich dann als Händler auch die vorteilbringenden Irrtümer in seine weit entfernt liegende Kommune sodass dann am Ende die gesamte Weltbevölkerung von diesen vorteilbringenden Irrtümern des Händlertums und des Frühärztetums und des Frühhändlertums infiziert ist und des Frühwaffenhändlertums infiziert ist weil eben das keine Einbahnstraße ist weil eben auch Händler von hier aus in dessen Heimat Kommune kommen und am Ende sind alle infiziert von den gleichen vorteilbringenden Irrtümern und alle unterdrücken ihre Liebesleben und werden kaufsüchtig im bösartigen patriarchalen Raubtier Kapitalismus und konsumieren Kriegswaffen führen Kriegskonsum Güter Handlungen durch die wir allgemein Kriege Bürgerkriege Revolutionen und so weiter nennen und das ist Konsum das ist nichts anderes als Konsum im Kapitalismus ja und von daher also und da müssen wir jetzt sagen was machen jetzt die Frauen in diesem Kommunismus ja gibt es dort im Bonobo Kommunismus schon Leistungsmessung war also die Idee eines leistungsfeindlichen Pseudokommunismus von vornherein zum Scheitern verurteilt weil diese Leistungsfeindlichkeit eigentlich das weil Kommunismus nur mit Leistungs also mit Liebe gegenüber Leistung funktioniert war sozusagen der Pseudokommunismus deswegen auf völlig falschen Irrtums Annahmen aufgebaut und zwar auf den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler vielleicht aufgebaut ja denn schauen wir es uns nochmal an ja wenn wir hier einen Sozialspartler haben und der sagt Och Leistung ist schlecht Unterschiede sind schlecht alle sind gleich alle sind gleichermaßen Genies es gibt gar keine Unterschiede es ist völlig egal wer die Kinder bekommt auch ja und dann bekommen jetzt plötzlich aber faktisch gibt es diese Intelligenz Unterschiede Leistungs Unterschiede gibt es faktisch das ist ja naturwissenschaftlich tausendprozentig bewiesen dass es diese Unterschiede gibt dass die ganze Evolution eigentlich nur eine Maschine zur Erzeugung von Ungleichheit ist also ein ungleichheits erzeugendes System ist und deswegen und wenn ich das aber wegleugne als Sozialspartler dann kommt es typischerweise dazu dass dann man nicht mehr darauf achtet wer die Kinder bekommt und dann bekommen hier die dummen und nicht leistungsfähigen überproportional viele Kinder also viel mehr als früher und diese deren Kinder werden alle wieder Sozialfälle und dann machen die Sozialspartler wieder ganz große Karrieren und können sich bereichern auf Kosten der Restwelt also die Sozialspartler sozusagen sind die Profiteure des Ganzen sozusagen und so könnte man sagen der Pseudokommunismus mit seiner Leistungsmessungsfeindlichkeit ist quasi das Resultat der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler ja und ist deswegen ein Irrweg der Menschheit also wir müssen wenn dann müssen wir jetzt vom Pseudokommunismus zum echten Kommunismus kommen zum naturwissenschaftlich fundierten Kommunismus so und der muss eben auch Leistungsmessung Elemente und gesunde planwirtschaftlich überwachte echt planwirtschaftlich überwachte Marktelemente und Leistungsmessungselemente unbedingt enthalten weil er sonst ja wieder in Richtung Pseudokommunismus entgleitet entgleist und entgleitet sozusagen ja das heißt also wie verhalten sich denn die Bonobo-Frauen in ihrem Bonobo-Kommunismus ja in dieser Welt im Bonobo-Kommunismus ist es so dass hier ist ja unser Egoist und hier ist die egoistische Frau im Bonobo-Kommunismus ja und die registriert natürlich in ihrem Köpfchen ganz sorgfältig welcher der Männer welcher dieser Männer ihr am meisten schenkt und dann hat sie genetisch im Körper viele Mechanismen die dazu führen dass sie den Spermien zum Beispiel hier haben wir einen schlechten Schenker einen Wenig-Schenker und dieser Wenig-Schenker den hat sie in ihrer internen Leistungsrangliste gespeichert als in der Leistungsrangliste in der transparenten Leistungsrangliste ihrer Kommune hinten stehend also der steht in der Rangliste ganz unten und dieser Schenker steht in der Rangliste ganz oben und diese Bonobo-Frau lässt jetzt die also hat zwar auch mit dem Sex damit dieser auch denken kann dass er der Vater des nächsten Kindes sein könnte in der Kommune und dass er deswegen auch eine liebevolle Vaterrolle gegenüber dem Neugeborenen übernehmen wird aber sie ihr Körper und ihre ganzes Verhalten führt dazu dass dessen Spermienzellen eine sehr geringe Chance des Zugangs haben nämlich die Eizelle dieser Frau zu kapern dass die Chance für diesen dessen Spermien sehr gering ist aber für dessen Spermien sehr hoch ist sodass also dann seine Spermien mit größerer Wahrscheinlichkeit die Eizelle dieser Frau kapern werden und dann haben wir einen leistungsfähigen Mann und eine leistungsfähige Frau als Eltern des nächsten leistungsfähigen Kindes in der Gruppe das wiederum gut Futter finden wird sozusagen und als Junge zum Beispiel wieder ein großer Schenker in der Kommune werden wird Nahrungsschenker werden wird und alle anderen Männer in der Kommune werden dennoch denken sie könnten der Vater dieses Kindes sein und verhalten sich gegenüber diesem Kind nicht in Kindstötungsmanier sozusagen sondern in väterlicher Fürsorglichkeitsmanier sozusagen und das ist ein gutes hochentwickeltes Sozialsystem das ist funktioniert besser und friedlicher als ein Haremsystem wie bei den Gorillas oder ein von Gewalt durchsetztes System wie bei den Schimpansen oder wie bei den Orang-Utans wo es auch ab und zu mal Vergewaltigungen gibt und so weiter und hier läuft alles über Liebesmechanismen ja warum ist es jetzt aber so dass uns nicht Ressourcenausnahme an sich Spaß macht warum warum äh ist es ist es also so warum ist es denn bitte schön so dass Lebewesen nicht so programmiert sind dass sie wenn sie Nahrung aufnehmen Lust Empfindung haben wenn die Energie im Körper ankommt weil wenn wir diese Energiemessung messen könnten dann würden wir ja letztendlich auch nicht auf giftige Kunstnahrung reinfallen wie sie uns heute im Supermarkt in Massen angeboten würde sondern es würde ja die vitale Wirkung der Nahrung auf die Zellen im Körper gemessen werden und genau das ist das Dilemma das ist zu schwierig ja es war zu schwierig sozusagen die innerstofflichen Mechanismen also die innerkörperlichen Mechanismen hier wo haben wir es also muss auf der anderen Seite sein wir haben hier die innerkörperlichen Messtechniken wären sehr kompliziert gewesen wollte man jetzt das Ankommen gesundheitsförderlicher und leistungsförderlicher Stoffe in den einzelnen Zellen messen und daran dann die Lustempfindungen koppeln also ist die Natur den technisch einzigen möglichen Weg gegangen bei der Konstruktion dieses Bio-Roboters ja dass sie sozusagen die im Gehirn künstlich als Illusion erzeugten Lustgefühle oder Unlustgefühle gekoppelt hat an die Sensorik des Mund- und Rachenraumes sozusagen also an die dortigen Geruchs- und Geschmackszellen so dass also dann jetzt unsere Zunge und unsere ganzen dort befindlichen Zellen darüber entscheiden ob wir Glücksgefühle erleben und sozusagen die Illusion davon haben dass wir etwas aufnehmen würden und essen würden das dann in den Zellen gesundheits- und energieförderlich wirken würde und diese Illusion macht sich jetzt die moderne kapitalistische Nahrungsmittelindustrie zu Nutze indem sie Dinge konstruiert die hier positive Reize auslösen ohne Rücksicht darauf dass diese künstliche dieser künstliche Chemie Cocktail eventuell und zwar häufig hier drinnen im Körper schädliche Folgewirkungen hat und toxisch wirkt sozusagen weil der Organismus dieser Bio-Roboter hat ja keine Schutzmaßnahmen der kann ja nicht messen was hier geschieht sondern er kann nur messen was hier geschieht im Bereich der Geschmackssensorik und so kam es dann zur Auseinander Entwicklung im Kapitalismus im bösartigen Raubtier Kapitalismus das nur noch produziert wurde für diese Sensorik ohne Rücksicht darauf dass das was da produziert wurde sehr oft dafür schädlich war für den Restorganismus schädlich war und wenn wir das ändern wollen müssen wir doch Leistungsmessung einführen also dieser Mensch dieser Bio-Roboter muss insgesamt Wohlfühl stimmen Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten müssen erhoben werden von ihm sozusagen und dann müssen die Verdienstzuschüsse für die Händler abhängig gemacht werden davon wie es den Leuten langfristig geht und dadurch wir hören dann diese Lebensmittel Hersteller die ganze Nahrungsindustrie einschließlich der Landwirtschaft hört auf Dinge zu produzieren die zwar da positive Wirkung haben in der Sensorik hier aber schädliche Wirkung haben und es erzeugt nur noch Produkte die hier absolut positive Wirkung haben und gleichzeitig auch eine gute positive Wirkung hier entfalten also für beides gut sind lecker schmecken und zugleich maximal gesundheitsförderlich sind und Langlebigkeitsförderlich sind ja und besser geht es halt nicht ja und jetzt ist die andere Frage warum ist denn der Organismus nicht so gebaut jetzt müssen wir hier unten sich den Geschlechtsorganen also die zum Beispiel hier den die die Hoden und den Penis des egoistischen Mannes vorstellen warum misst er jetzt nicht sein eindringen also hier warum ist die Sensorik nicht so gepolt dass der hier also der wenig Schenker messen könnte ob seine Samenzelle nun die Eizelle kapern kann oder dessen Samenzelle die Eizelle kapern kann sozusagen warum sozusagen kann er das nicht messen ja weil er eigentlich dann zwischen sich und jeder Samenzelle die in die Frau eindringt ein Kabel eigentlich laufen müsste das misst ob diese Samenzelle auch tatsächlich mit der Eizelle verschmilzt also diese Eizelle kapern kann und danach erst abfällt wie so eine Nabelschnur oder so und da das technisch aber nicht möglich ist da das einfach als Bio-Roboter Konstruktion keine Option war keine Möglichkeit dazu bestand hat er diese Möglichkeit nicht sondern hat nur die Möglichkeit dass also seine hier und seine Unterleibssensorik und seine Lippensensorik sozusagen ihm signalisiert aha ich hatte ich hatte Sex mit dieser Frau und das hat sich gut angefühlt und dabei entsteht eine gewisse kleine Chance dass meine Spermienzellen die Eizelle dieser Frau eventuell kapern können nur dass eben auch hier dann eine gewisse und zwar größere Wahrscheinlichkeit besteht dass die Spermienzellen dieses großen Schenkers leistungsfähigen Schenkers von der Frau zu der Eizelle bevorzugt zugelassen werden und diese Mechanismen gibt es Stichwort Krieg der Spermien Spermien Konkurrenz Orgasmus Ansaugreflex aufseiten der Frauen alle möglichen Bevorzugungsmechanismen es könnte ja sein dass die Frau gerade dann wenn sie wenn die Eizelle offen ist für eine Samenzelle dass sie dann etwas weniger sexuell aktiv ist und dann durch den Orgasmus Ansaugreflex sie kriegt den stärksten Orgasmus natürlich nur bei dem größten Schenker den sie am meisten schätzt und liebt und deswegen wird sie per Orgasmus Ansaugreflex seinen Spermien einen Vorsprung gegenüber allen anderen Spermien in ihrem Unterleib verschaffen so dass dann der hier bei dem sie ja einen geringeren Orgasmus Ansaugreflex bekommt oder gar keinen der ist zwar befriedigt schickt seine Spermien los aber die werden nicht beschleunigt die erhalten keine Zusatzbeschleunigung weil der Orgasmus Ansaugreflex nicht da ist oder nur leicht wirkt und dann macht am Ende das Spermium von diesem hier von dem größeren Schenker das Rennen um die Eizelle aber alle sind es zufrieden und alle denken sie könnten vielleicht der Vater des Neugeborenen sein und erhalten verhalten sich vor allem da sie ja auch optisch ununterscheidbar sind denn es gibt ja hier in diesem System es gibt ja hier keine weltweite Mobilität es ist ja nicht so dass hier jemals jemand von hier von diesem Teil der Erdkugel ja zum Beispiel von äquatorialen Bereich der Erdkugel jemals in den Norden oder in den Süden der Weltkugel abwandert das gibt es ja nicht in diesem im Naturzustand also im gesunden Naturzustand gibt es keine Mobilität ja die 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 Mobilität beschränkt sich ja wie ich ja vorhin gezeigt habe letztendlich auf den Weg von hier bis zur Urenkelkommune die irgendwo hier liegen könnte ja also größere Wege werden nicht zurückgelegt ja und dann geht es auch wieder zurück von der Urenkelkommune wieder zur Heimatkommune ja und die Männer bleiben alle lebenslang in ihren Kommunen bis auf die Handelskontakte im Kapitalismus aber die sind ja eben eher künstlich und und die würden sicherlich auch noch in Zukunft dann bestehen bleiben ja die Handelskontakte weil aber eben mit Leistungsmessung sodass eben dann diese Handelskontakte der Fernhandel sich nicht mehr als schädlich erweisen kann wie es in den letzten 300.000 Jahren sich erwiesen hat nämlich also wir wissen ja von den Daten her die Zahlen schwanken wie immer dass der Fernhandel mindestens 140.000 Jahre alt sein dürfte nach Ansicht eines anderen Professors schon 300.000 Jahre alt und maximal wohl allerhöchstens 400.000 Jahre alt sein dürfte aber mindestens 140.000 Jahre also die Fehlentwicklung läuft also mindestens 140.000 Jahre das ist genug Zeit dass sich die vorteilbringenden Irrtümer als Pest der Menschheit in den Köpfen aller als parasitäre Meme als Killaviren des Geistes festgesetzt haben konnten weswegen in uns diese Vorstellung eines urmatriarchalen pazifistischen Bonobo Schenker Kommunismus riesige Ängste auslöst denn uns würden ja über die vorteilbringenden Irrtümer all der Fernhändler ja quasi da Ängste gemacht davor ja und wir wurden ja und ein Beispiel ist ja das zum Beispiel hier stellen wir uns das vor das wäre jetzt ein matriarchaler Clan der Mosowu in hinter China und jetzt kommt zum ersten Mal über die Fernhändler ein Fernseher hier rein und in dem Fernseher werden sozusagen Eifersuchts vorteilbringende Irrtümer Eifersuchts Irrtümer parasitäre Eifersuchts Meme hineingeschleust in die Gehirne der Kinder und der Zuschauer und so weiter und jetzt fangen plötzlich an die vorher matriarchalen Bonobos ohne Mosowu ohne Eifersucht jetzt plötzlich an eifersüchtig zu denken und später auch dann sich eifersüchtig zu verhalten und schon ist der matriarchale Kommunismus der matriarchale Clan Kommunismus zerstört und alle werden sie sexuell unterdrückerisch denn Eifersucht bedeutet ja nichts anderes als dass ich anfange Sexualität außerhalb meiner eigenen zu unterdrücken und dass dieses Unterdrückungssystem teilweise mit Gewalt und so weiter das ist dann sozusagen die Grundlage dafür dass alle sexuell unbefriedigt sind und dann eben mehr kaufen von den Fernhändlern ne ja so jetzt schauen wir mal wieder also ich lese mal vor also Lebewesen sind grundsätzlich Biorebotter auf dem Weg zu Ressourcen ist einerseits Futter und zum Beispiel Eizellen und Samenzellen im Falle der großen Säugetiere ja und die technische Steuerung die war halt nicht präzise möglich eine präzise technische Steuerung war also faktisch unmöglich und aufgrund dieser Tatsache dass das technisch unmöglich war haben wir nur eine ungefähr Steuerung durch die Geschmacksknospen rund um den und Geruchsknospen rund um den Mundraum und auf der anderen Seite haben wir als Messinstrumente für das Heranliefern von Spermienzellen in die Nähe von Eizellen haben wir nur die Sensoriken unserer Lippen beim Küssen ja und der Genitalien und der restlichen Aerogonen des Zonen des Körpers das sind sozusagen Lenkmechanismen die ungefähr hin lenken hin all diese Lenkmechanismen lenken ungefähr hin zu Futter ungefähr zu so etwas ähnlichem wie Futter und ungefähr in die Nähe von Eizellen oder Samenzellen aus Sicht der Frauen ja und das ja das ist ziemlich primitiv und schlecht konstruierte Bio-Roboter mit ganz vielen Mängeln aber es ging halt nicht besser die Evolution hat das halt so gut es ging zusammengehauen die Bio-Roboter sozusagen zusammengebastelt Mangelwesen wir sind also völlige Mangelwesen weil wir weder eine sichere Kontrolle haben ob das was wir zu uns nehmen überhaupt gesund für uns ist und wir haben auch überhaupt keine Kontrolle darüber ob wir tatsächlich als Männer zum Beispiel wirklich die Eizelle gekapert haben oder nicht oder ob wir gescheitert sind darüber haben wir null Mechanismen jetzt haben wir künstlich den Vaterschaftstest den man verbieten sollte weil der führt nämlich dazu Vaterschaft stellen sie sich jetzt in einem solchen Bonovo kommunistischen System wieder den Vaterschaftstest vor ja dann ist es ja so dass der hier zum Beispiel erfährt dass er eben dass es ihm nicht gelungen ist dass seine Spermien nicht die Eizelle gekapert haben dass dieses Kind jetzt also dann von dem ist und nicht von ihm ist oder von irgendeinem anderen Mann in der Kommune ist aber nicht von ihm und dann wird er wieder zum Kindstöter denn er wird jetzt dazu neigen wie es biologisches Programm aller Organismen ist das Kind zu töten hier das Neugeborene zu töten damit er vielleicht beim nächsten Mal dann doch es ihm gelingt die Eizelle zu kapern und dadurch entsteht also eine infanzidale Tendenz also eine Kindstötungstendenz in diesem Organismus und das wäre schädlich für die Kommune also müssen wir den Vaterschaftstest grundsätzlich zukünftig verbieten im Rahmen von Leuten die Lust haben es mit dem urmaterialialen pazifistischen Bonoboschenker Kommunismus mal auszuprobieren da muss dann der Vaterschaftstest verboten sein denn der würde hier zu Kindstötungstendenzen und Kinderquälerei Tendenzen führen also müssen wir da aufpassen Schluck Wasser Ja und das heißt also das ist das ist quasi was hat jetzt dieser Bio-Roboter hier was hat dieser Bio-Roboter denn noch so drauf hier dieser Bio-Roboter Er hat im Gehirn noch eine Lustmöglichkeit nämlich die Neulust das was wir allgemein Neugier nennen ich war als Kind unendlich neugierig Neugier ist also eine auf das ist man kennt das von Nummer fünf lebt diese diese dieser Gier nach Input 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 Informations Input ja und ich war solch ein Nummer fünf lebt so ich habe alles durchgerattert und habe alle Informationen aufgenommen in der Wissenschaft alles aus der Wissenschaft rausgesaugt schon als zehnjähriger begonnen damit Input 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 alles rein in mein Gehirn sozusagen ja und das ist diese Neulust des Gehirnes die lenkt hin zur Weltkenntnis aber das Ganze dient wieder nur ich finde nämlich mehr Futter wenn ich mehr sozusagen eine bessere Weltkenntnis habe wenn man eine bessere Weltkenntnis hat hier der hat die mehr Neulust ist und ein auch speicherfähigeres Gehirn und über die Neulust hat er eine gute Weltkenntnis er kennt hier die ganze Region rund um seine Kommune die kennt er wie seine Westentasche findet mehr Futter als der hier als der dümmere sozusagen und weniger neugieriger und dadurch wird er in den Augen dieser Frau in der Leistungsrangliste dieser Frau oben platziert als guter Schenker als großer Schenker und sozusagen erhält seine Samenzellen erhalten eine gewisse Bevorzugung beim Zugang zu ihren Eizellen ne und insofern ist die Neulust eigentlich nur Teil des Futter Finde Weges und des Weges zu den Eizellen sozusagen das ist so so primitiv sind wir Bio-Roboter geschaltet da gibt es nichts Höheres nichts sondern all die anderen die irgendwas anderes über uns Bio-Roboter denken die uns also fantasieren als irgendwelche Geistwesen und irgendwie uns was erzählen wollen von Gespenstern Geistern Seelen und 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 ja die haben einfach nur in der Schule nicht aufgepasst das sind einfach ungebildete nichts wissende Menschen die irgendwelchen Märchen aufgesessen sind irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Leute die irgendwie sich bereichern wollen mit was weiß ich esoterischen Märchenbüchern und irgendwo irgendwo wahrscheinlich irgendwelche Abzocker sozusagen breiten diese ihre vorteilbringenden Illusionen und Irrtümer in die Welt aus und und die ganze Welt ist infiziert mit mit esoterischen Aberglaubenssystemen mit wie zum Beispiel der Anthroposophie und solchen Dingern ja das bedeutet es handelt sich aber alles um Menschen niedriger Intelligenz die nicht in der Schule nicht richtig aufgepasst haben keine richtige Wissenschaft studiert haben von Naturwissenschaft keine Ahnung haben also letztendlich um sehr ungebildete und sehr dumme Menschen leider ja also eigentlich eher um solche hier ja so die unfähigen und die dummen und dass diese so unfähige jetzt natürlich gerne als Wunderheiler sozusagen eine Blanko Zulassung und als schlechter Lehrer gerne ein leistungsloses Einkommen als Wunderheiler oder schlechter Lehrer beziehen möchte und als Schmarotzer auf Kosten all der Fähigen hier leben möchte ist ja nur zu verständlich und dass der natürlich seine vorteilbringenden Irrtümer versucht überall auszubreiten sozusagen ist auch verständlich aber wir als Staat und als WählerInnen müssen doch diesen hier blockieren und sagen und dem auf die Finger klopfen und sagen wir fallen auf deine vorteilbringenden Irrtümer nicht rein wir bauen Leistungsmessung Rangmessungsranglisten überall rein genauso wie diese Bonobo Frau in ihrem Kopf eine Leistungsrangliste aller schenkenden Männer hat sozusagen aller Männer hat im Gehirn nur dass wir das dann im Computer haben und nachschlagen können und das für alle Hausärzte in der Gegend und für alle Firmen in der Gegend und so weiter während die Bonobo Frau das alles im Kopf hat und das ist die soziale Intelligenz der Bonobos die viel größer ist als die soziale Intelligenz der Schimpansen zum Beispiel weil wir eben Spezialisten für das Abspeichern von Leistungsranglisten sind im Kopf und die Bonobos genauso und wir haben eben die gleiche Mechanik wie die Bonobos ja also sie merken es der Mensch ist kein Wunder der Schöpfung sondern ist eine billig zusammengehauene Bio-Roboter Maschine bei der das realisiert wurde was die Evolution hingekriegt hat als Stümper wir müssen die Evolution als Stümper betrachten der halt nur ein bisschen was hinkriegt und eben die wirklich wichtigen Steuerungsmechanismen die gut wären nicht hinkriegt weil es einfach nicht richtig funktioniert und weil die Evolution halt nicht gut ist sondern insgesamt nur ein Stümper und ja und ich lese mal weiter so es gab technisch keine Möglichkeit das habe ich schon gesagt das Kapern einer Eizelle durch ein eigenes Spermium sensorisch per Kabel zu erfassen und die orgastischen Lustgefühle nur daran zu koppeln stattdessen wurden einfach primitiverweise als Notlösung Lustgefühle gekoppelt an Körperberührung die gewisse Chancen mit sich bringen dass ein eigenes Spermium eine Eizelle eventuell kapern könnte aus all diesen egoistischen Dingen heraus resultiert in der Summe ein weltumspannendes pazifistisches Netzwerk und Netz trotz völligen Desinteresses an allem das außerhalb des eigenen Kreises der Urenkel liegt also alles was außerhalb des Kreises ist darum kümmern sich aber wiederum die die Kreise also noch einmal hier außerhalb außerhalb meines Kreises mein Interesse endet bei dem Kreis meiner Urenkel wo meine Urenkel sind da ist das Ende meines Kreises aber um diese hier kümmern sich die denn die Urenkel dieser die Männer zum Beispiel hier im Urenkelkreis die kümmern sich ja wiederum um die um ihren Umkreis und dadurch kümmern sich auch wieder hier irgendjemand wieder auch um die hier und die kümmern sich wiederum auch um die hier weil die zu ihrem Umkreis gehören und so kümmert sich irgendwo überall auf der Welt immer irgendwo jemand um jemand und daraus resultiert dieses weltumspannende pazifistische liebevolle Netz und all das zerstört der aufkommende bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus beginnend vor maximal 400.000 Jahren Minimum 140.000 Jahren und hat alles zerstört ja und jetzt ist es halt auch so dass wir jetzt also nicht hingehen brauchen moralisch wir müssen jetzt nicht hier versuchen hier die hier also quasi den hier wo ist es den hier oder den hier zu manipulieren oder die hier zu manipulieren dass die sich gefälligst um die ja also um den die also quasi um die hier kümmern und oder um die hier oder um die hier sondern es reicht völlig wenn die sich nur um ihren egoistischen Umkreis kümmern sozusagen und für die sorgen andere ja und dann müssen wir aufhören brauchen wir kein verantwortungsbewusstsein künstlich zu erzeugen für die hier was immer nur künstlich gelingen kann sondern eher eigentlich eher nur von von den NGO Sparten gemacht wird die also dann die Spenden abgreifen wenn hier ein Bewusstsein für hier erzeugt wird weil dann können hier die NGOs die ja dazwischen geschaltet sind die Gelder abgreifen die Spendengelder einen Teil für sich in die eigene Tasche abzwacken sozusagen also hören wir doch einfach auf mit allem diesem Spenden Erbettelei also jegliche Form der Spenden Erbettelei wird verboten sozusagen weil um die kümmern sich schon deren Nachbarkommunen und alle haben ja die Möglichkeit sich bei den Next Scientists for Future durch Online Konferenzen beraten zu lassen und helfen zu lassen wie man das aufbaut und dass dann überall auf der Erde wieder gesunde und wirtschaftlich vernünftige kommunen existieren ohne Armut sozusagen ja und das ja und insofern brauchen wir hier nicht die Leute zu versuchen dazu zu bewegen ein Weltbewusstsein zu entwickeln ein Erdbewusstsein zu entwickeln sondern es reicht völlig wenn die ganz natürlich bei ihrem Umkreis Bewusstsein bleiben egoistischem Umkreis Bewusstsein das reicht völlig aus der Mensch ist als Bio-Roboter ausreichend gut konstruiert und der einzige Fehler und das einzige Problem ist eben der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus die Erfindung eines von Fernhandel ohne Leistungsmessung und von Frühärztetum und Frühhändlertum und Frühlehrertum ohne Leistungsmessung überall ist entscheidend dass die Leistungsmessung fehlt und damit die positiven Anreize fehlen denn die Leistungsmessung ist ja nur ein kleines Schrittchen auf dem Weg zur Setzung der positiven Anreize die Leistungsmessung also als Messgrößen die Messgrößen Verwendung führt ja dann eben in der Summe zur Ausschüttung von starken positiven Anreizen die eine große Lenkwirkung entfalten und die alles hin zum guten Lenken und dann können wir gerne wenn wir das wollen sollten Handel beibehalten und von ihm profitieren ohne es eine Schattenseite weil wir über die positiven Anreize die auf Leistungsmessungen basieren letztendlich sozusagen die Nachteile des Handels beendet haben und ausgeglichen haben ja noch einmal also in der Mitte ist also hier die Welt des Egos trotz völligen Desinteresses an der Restwelt entsteht dennoch ein funktionierendes Weltnetz es sei denn die vorteilbringenden Irrtümer des Fernhändlers breiten sich aus und damit diese vorteilbringenden Irrtümer alle wieder ruckzock aussterben muss der Fernhändler neue positive Anreize bekommen die seine Verdienst Zuschüsse eins zu eins koppeln an das Wohlergehen seiner Kunden Ja und dieses völlige Desinteresse an der Restwelt ermöglichte über den Weg des Fernhandels vor 300 beziehungsweise 140.000 oder maximal 400.000 Jahren den Startschuss für die weltweite Ausbreitung der vorteilbringenden Irrtümer das habe ich hiermit noch einmal wiederholt das habe ich ja schon gesagt gehabt Am Ende war dann eben jetzt in der Jetzt Situation ist dann jedes Gehirn infiziert durch die weltweiten vorteilbringenden Irrtümer ja das habe ich alles schon geschildert und damit war es das ja schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald das war es mit diesem Wort zum Sonntag Tschüssi Tschüssi